Hallo, ich meine Damen und Herren, willkommen zu einem neuen Video. Immer wenn man glaubt zu wissen, was die Wolvos gerade machen und vor allem auch nicht machen, hauen sie Dinge raus, mit denen man nicht gerechnet hätte. Wie zum Beispiel Anti-Cheat-Verbesserungen und diesem Kram hier. Ich hab keine Ahnung, ich hab über das Alter nachgedacht, über mein Alter. Und ich hab dann drüber nachgedacht. Frechlicherweise kam vergangene Nacht dieses Update hier reingeflattert. Der Kram hier oben, da gibt's eine Sache, die interessant ist, aber das gucken wir uns später an. Maps halt auf dem aktuellen Stand. Bei Misk hier unten wurde aber deutlich mehr gemacht und vor allem halt, ja, Besseres gemacht, sag ich. Der erste Punkt beschreibt direkt, dass sie im Moment gerade versuchen, diese Teleportation, die man hat, wenn man Damage frisst, zu vermindern. Ich hatte euch das vor ein paar Monaten schon mal gezeigt. Wenn man getroffen wird, wird man mitunter mal kurz zurückteleportiert. So fühlt es sich zumindest an. Achtet mal genau auf ihn hier, er aimt jetzt hier gerade auf den Feind. Er wird getroffen und wird ein Stück wieder nach rechts teleportiert. Schießt deswegen auch rechts neben den Feind und trifft ihn nicht und muss dann korrigieren und ist schon tot. Hier nochmal ganz kurz im gesamten Ablauf. Hier ist der Teleport, ich finde, recht smooth. Hier finde ich ihn aber doch recht krass. Man sieht, er geht um die Ecke und wird dann nach links gepusht und versucht dann nochmal wieder nach rechts zu gehen und schafft es aber gar nicht mehr. Und ein weiteres, sehr prägnantes Beispiel ist das hier. Hier sieht es halt richtig ruckelzuckelig aus. Er wird jetzt hier am Ende getroffen, flupp, und geht kurz ein Stück nach links. Das ist einfach nervig und wurde jetzt, wie gesagt, angegangen. Das Ganze haben sie gefixt bzw. verbessert, indem sie dem Spieler einfach mehr Zeit geben, mit Fullspeed weiterzulaufen, bevor er dann langsamer wird durch das Getroffenwerden. Man wird also angeschossen und ist noch ein bisschen länger, schneller laufend in die Richtung, in die man gerade läuft. Damit versuchen sie das irgendwie zu kontern. Das Ganze wurde damals von Husiboy aufgedeckt oder vielmehr dokumentiert. Das war ja kein Geheimnis. Das haben ja viele gespürt, dieses komische Hin- und Hergezuckel. Und er selbst hat bereits eine Meldung gebracht auf Twitter und geschrieben, ja, es ist ein bisschen besser geworden. Und diesen Punkt zum Beispiel hatte ich fast gar nicht mehr auf dem Schirm. Darüber habe ich, wie gesagt, vor Monaten mal berichtet. Und das war es. Das war einfach so, naja, es ist halt so, es nervt ein bisschen Kacke beim Zocken. Schön, dass sie sich hier dran gemacht haben. Vielleicht haben sich einfach noch mehr Leute beschwert. Und deswegen kam das vielleicht eher in den Fokus. Als nächstes kommt ein Punkt, der wirklich extrem wichtig war. Denn damit konnte man unter anderem eine Art Wallhack aktivieren. Davon habt ihr bestimmt auch mitbekommen. Man konnte die Bombe im Vorfeld legen, ohne dass man auf Side war. Beziehungsweise konnte man die Bomben-Leg-Animation bereits im Vorfeld starten. Damit konnte man dann zum Beispiel hier auf Inferno bei Bananen diesen Sprung machen und dabei halt die Bombe legen. Und dann hat sich deine Figur ein bisschen geduckt und du konntest drüber hinweg gucken. Aber der Gegner konnte dich nicht sehen, weil du ja geduckt warst. Wegen dem Planeten. Und mit diesem Fehler konnte man auch durch Wände durchgucken. Man konnte damit also einfach so durch die Wände durchgucken. Das ist natürlich assi. Das ist nun endlich gefixt und genau darum finde ich, dass das ja der wichtigste Punkt überhaupt ist. Und der nächste Punkt ist so gut wie egal. Beim Revolver hat sich die Trommel halt manchmal fälschlicherweise bewegt. Also rotiert. Und zu guter Letzt wurden noch die Ladezeiten vom Settings und Playmenü reduziert. Aber nur die Initial-Ladezeiten. Also das erste Mal auf Optionen drücken. Aber bei mir geht das hier sofort auf. Und Play auch. Was bei mir in der Vergangenheit immer ewig gedauert hat, war Inventory. Das habe ich jetzt heute auch noch nicht offen gehabt. Ich klicke mal drauf. Ich finde, es hat ein bisschen länger gedauert als das hier. Bei diesem Update-Blog gibt es jetzt noch eine Sache, die ganz wichtig ist für die Arms Race-Verliebten. Und zwar wurde hier bei Pool Day was verändert. Bislang konnte man ja die Map umstellen, wenn man hier an diesen Locker gegangen ist. Und zwar vom aktuellen Aussehen auf das von 1.6. Jetzt müsst ihr hier oben an die Uhr gehen. Also ihr müsst euch mitten ins Freie begeben. Ihr könnt jederzeit erschossen werden. Und dann müsst ihr hier für diverse Sekunden, ich drücke schon E, E gedrückt halten. Und erst dann ist die Map umgestellt. Jetzt ist das viel, viel schwieriger. Also du musst hier mindestens 6 Sekunden verbringen. Du musst da hinlaufen. Das dauert 1, 2 Sekunden in voller Offenheit. Da musst du da 3, 4 Sekunden gedrückt halten. Erst dann wird die Map umgestellt. Das heißt, das passiert jetzt nicht mehr so oft. Und ist da noch wirklich eine Art Secret. Doch ich würde schon sagen, es geht auf jeden Fall eher in die Richtung eines Secrets. Gerade weil es nicht so leicht zu aktivieren ist. Und zu guter Letzt haben wir noch 2 Dinge, die mich auch sehr überrascht haben. Und zwar erstens hat Gabe Follower herausgefunden, dass die Volvinis eine Detection für Snap-Tap eingerichtet haben. Sie können also herausfinden, ob du mit dieser Razer-Snap-Tap-Funktion spielst oder nicht. Und obendrauf scheinen sie nach wie vor, was aber auch irgendwie logisch ist, an ihrem Anti-Cheat zu arbeiten. Das hat man zwar im Kopf, man weiß es natürlich, dass daran durchgehend gearbeitet werden muss. Egal wie gut ein Anti-Cheat ist, es kommen immer neue Cheats auf den Markt. Du musst dich immer wieder, es ist wie bei einem Antivirus ja auch. Es muss immer wieder geupdatet werden. Und nun gibt es diese neuen Strings, die Gabe Follower dazu gefunden hat. Sie scheinen hier also genau in die Richtung zu gehen, die wir vor einigen Monaten angesprochen haben, dass man nicht grundsätzlich die PCs der Leute durchsucht. Denn wir wissen, die Volvos machen sowas einfach halt nicht. Sie wollen das nicht. Sie wollen nicht aufs Kernlevel und dann da rumrödeln wie andere Anti-Cheats. Sondern sie wollen vielmehr in die Richtung gehen, in der sie genau schauen, wie spielt dieser Spieler. Ist es ein Mensch oder nicht? Beziehungsweise ist es ein Mensch, der einfach normal spielt oder spielt er irgendwie komisch? Denn das Gute an dieser ganzen Cheating-Geschichte ist, dass ein Cheater oder ein Mensch mit Cheats anders spielt als ein Mensch ohne Cheats. Und sie versuchen, so hart es ihnen möglich ist, genau da reinzuschauen, wie man die Unterschiede findet, wo sie liegen, wie das aussieht und so weiter und so fort. Ob das mittlerweile auch schon aktiviert wurde, weiß ich nicht. Aber es scheint ganz gut zu funktionieren. Bei uns sind die Spiele nach wie vor clean. Obwohl ich die letzten paar Wochen von meinen Cheater-Kontakten immer wieder Infos bekomme, dass ein neuer Cheat am Start ist, dass ein alter Cheat wieder funktioniert und so weiter und so fort. Also kurz, um dass man wieder auf mehr Cheater treffen könnte, sollte, wie auch immer. Aus meiner Community höre ich da aber keine Verschlimmerung. Und auch bei uns in den Streams sieht man ja, dass alles so wie immer ist, also clean. Ich kann mir sehr gut vorstellen, dass die Volvos mit solchen Dingen nicht zwingend dann auch direkt halt auf Buns gehen. Denn das würde die Cheater ja auch wiederum anspornen, dass sie halt weitergehen, eine neue Version und so weiter und so fort, um halt neuer Account, bla bla bla, um halt wieder rein tödeln zu können. Sondern, dass sie ja nach wie vor mit ihrem Trust-System gegenregeln. Also kurzum, sie detekten etwas und dieser Spieler, der cheatet, spielt einfach nicht mehr gegen Legits. Beziehungsweise nur noch gegen Legits, die einen extrem Low Trust haben und die ganzen Cheater halt. Der Grundgedanke dahinter ist also nach wie vor, dass die Cheater unter sich bleiben, nicht gebannt werden, aber eben unter sich bleiben und die Legits von ihnen nicht gestört werden. Für unsere Trust-Faktors-Sphären scheint das sehr gut zu funktionieren. Ich weiß aber, dass es Leute gibt, die halt einfach, ja, keinen guten Trust-Faktor haben, auch keine Zeit haben, den zu verbessern und dann eben in der Cheater-Hölle des Grauens sitzen. Das Trust-System ist zwar ne geile Meile, aber überhaupt nicht fair. Wenn du die Zeit nicht dafür hast, dir einen besseren Trust-Faktor zu verschaffen, bist du gezwungen, bei den Cheatern zu spielen. Natürlich hätte ich auch am liebsten, dass die Cheater entfernt würden, komplett, wobei das sowieso nicht möglich ist, kein Spiel ist cheaterfrei. Aber es wäre schön, als wenn man welche detektet, dass man die direkt weghaut. Also da bin ich ganz bei euch. Naja, darüber könnte man jetzt auch ewig diskutieren. Kurzum, sie haben neue Strings hinzugefügt, es geht weiter voran. Toi, toi, toi. Sehr, sehr schön, dass die Wolvos weiterhin fleißig pressen. Wir pressen jetzt auch noch was und zwar ein Giveaway. Und zwar gibt es für euch heute eine USPS-Blueprint zu gewinnen. Absoluter Bangarang, ich weiß. Das Ding könnt ihr euch ganz einfach snacken, indem ihr auf folgende Frage antwortet. Machst du eigentlich aktuell im Livestream bei unserem Desert Eagle Jürgensmund Giveaway mit? Also hast du schon beim Stream vorbeigeguckt, dich mit den Bubble-Dollern so ein bisschen auseinandergesetzt und ja, warst du eben schon mit dabei und bist du hier mit dran? Hast du Bock auf das Teil? Schreibt es in die Kommentare, dann seid ihr automatisch mit dabei. Ich muss mich jetzt etwas sputen, denn gleich geht der Stream auch wieder los um 18 Uhr. Ich streame dreimal die Woche, jeden Dienstag und Donnerstag ab 18 Uhr und jeden Freitag ab 20 Uhr. Die, die Zeit haben, sehe ich also gleich im Stream. Vielen, vielen Dank für eure Kommentare, für die Likes und fürs Zuschauen natürlich. Sehr, sehr edel von euch willkommen auch an die ganzen neuen Abonnenten. Wir haben gerade am Freitag die 15.000 Abos geklackt. Vielen, vielen Dank an euch, da muss ich mal wieder das Herz hier draus holen. Habe ich schon ewig nicht mehr gezeigt, zumindest nicht in den Videos. Und ja, Appreciation, meine Damen und Herren, Appreciation. Bis gleich, bye bye.